Oh mein Gott, was sind das denn für Spasten mit Masken, mit Gitarren auf dem Keller, aber nichts auf dem Kasten. Guten Morgen, liebe Welt, es fällt uns schwer zu bedauern, wenn es dir nicht gefällt, dass wir Bösewichte sein. Voll auf waren die Klagen, da bei Weisheit jedes Kindes böse Menschen keine Lieder haben. Bleibt dran, damit ihr nichts verpasst. Ich find's gut, wenn ihr uns hasst. Ich bin vor kurzem über eine Band gestolpert, von der ich zuvor noch nie etwas gehört hatte. Weimar. Wie der Bandname schon vermuten lässt, kommen die vier Musiker aus dem thüringischen Weimar. Alle Bandmitglieder haben ein Pseudonym und treten immer gleichgekleidet mit den gleichen Reptilienartigen Masken auf. Also eigentlich erstmal nichts Unnormales, gerade für die Musikgenres, die sie spielen. Metal, Indie, Deutschrock mit hier und da etwas Rap-Einlagen. Kreuzigt mich, falls ich jetzt was Falsches gesagt habe, aber es gibt so viele fucking Genres und die Bands spielen eine Mischung aus allem möglichen. Deswegen hab ich unseren Haus- und Hofmusiker Fulst gefragt, ob er nicht der einen oder anderen Frage von mir etwas auf den Grund geht. Welche Musikgenre oder besser gesagt Musikgenres würdest du der Band zuordnen? Naja, ich halte es hier mit Lemmy von Motorhead. Es ist alles Rock'n'Roll, was wir machen. Und von daher ist es natürlich auch für mich erstmal Rock'n'Roll. Klassischer Rock'n'Roll. Selbstverständlich ein bisschen Punk-Einschlag ist hörbar. Vielleicht auch ein bisschen Deutschrock. Klar, ich höre ein bisschen Freiwild raus. Ich höre vielleicht sogar ein bisschen Onkels raus. Aber ja, ich glaube jetzt nicht, dass sich die in dieser Tradition sehen. Von daher ist es Rock'n'Roll für mich. Die Jungs haben 2021 ihren ersten Song Erwartet uns mit der Universal Music Group, die das größte Musiklabel weltweit ist, veröffentlicht. Und dann kamen nach und nach Single-Auskopplungen mit Musikvideos. Bis am 20. Mai 2022 das Debütalbum auf Biegen und Brechen veröffentlicht wurde. Und damit sind sie gleich auf Platz 5 der Albumcharts gelandet. Nicht schlecht. Und ich hatte immer noch nichts von ihnen gehört. Im doppelten Sinne. Für dieses Jahr sind eine Tour und mehrere Festivalauftritte geplant. Unter anderem auf dem Full Force und dem Spirit from the Street Festival. Also wenn sie auf einem Eupunk-Festival spielen, auf dem ich mindestens schon 5 Mal war, dann kann es doch fast nur eine geile Band sein, oder? Genau einen Monat vor dem ersten Konzert der Tour veröffentlichte die Spiegel-Journalistin Ann-Kathrin Müller mit zwei Kollegen, wer denn... HALT! STOP! BPJ hat mich angeschrieben und mir mitgeteilt, dass er gerade an einem Video über Ann-Kathrin Müller arbeitet. Das fand ich doch hochinteressant. Das ist für den einen oder anderen eine alte Bekannte. Ich erinnere da an mein, ich glaube, vorletztes Werk auf dem Kanal Idioten Watch. Die Frau hat auf jeden Fall so einiges zu bieten. Von daher, wer jetzt gerade zum ersten Mal von ihr hört, dann bitte das Video von Drunk Punk Junk fertig gucken und anschließend nochmal bei Idioten Watch vorbei. Aber erstmal mit dem Video, was ihr jetzt gerade seht. Viel Spaß! Hinter den Masken steckt Neonazis Wie Universal demokratiefeindliche Rockhock groß machte Die Universal Music Group hat die Band Weimar in die Charts gebracht Die Texte klingen antisemitisch, die Identität der Musiker wird verheimlicht Das sind natürlich ziemlich harte Vorwürfe und darum hat Universal unverzüglich mit den einzig richtigen Maßnahmen reagiert Alle Songs und Videos sofort von Plattformen wie YouTube, Spotify und so weiter runterzunehmen Und natürlich die Zusammenarbeit zu kündigen Auch die Festivals haben Weimar dann abgesagt Dadurch bin ich zum ersten Mal auf die Band aufmerksam geworden Also habe ich mich auf die Suche nach den Songs begeben Was für abartige Nazi-Hümnen singen die Typen? Das einzig verbleibende auf ihrem YouTube-Kanal Weimar Offiziell ist ihr Live-Weihnachtskonzert von 2021 Die dort gespielten Lieder waren aber wohl nicht die extremistischen Also habe ich nach der ganzen Platte gesucht Vielleicht hätte gesagt als getan, ist ja alles weg Dann hätte ich möglicherweise versuchen können, mir das Album schwarz herunterzuladen Was dann aber eventuell nicht klappen hätte können Naja, drei Tage später habe ich dann doch noch eine kleine Streaming-Seite gefunden Die etwas länger gebraucht hat, vielleicht auch brauchen wollte Keine Ahnung Auf jeden Fall, hier konnte ich die Songs erwerben Nachdem ich alle Songs gehört hatte, war ich wirklich schockiert Nein, nicht schockiert, ich würde eher sagen wütend Man hatte mir Rechtsrock versprochen, genauer gesagt Nazi-Rock oder Rechtsextremen-Rock Denn Rechts ist wie Links eine politisch legitime Ausrichtung in einer Demokratie Worte zu besetzen und zu verdrehen ist ein Spiel, das die Linken wie ein Meister beherrschen Immer wenn es zum Beispiel um rechtsextremistischen Terror geht, sprechen sie von rechten Terror Umgekehrt wird ein rechter Politiker einfach rechtsextremistisch genannt Ich bin absolut kein Experte für Nazi-Rock, aber ich hätte mir schon etwas mehr Hitler und Juden vergaßen Und sowas in den Texten vorgestellt Sind die Songs auch dem Rechtsrock zuzuordnen? Würde ich verneinen Ich meine, das ist nicht mal Identitätsrock Weil dazu gehört, dass man gemeinsame Werte eines deutschen Volkes oder so propagiert Das findet ja nicht statt Die Band singt, begleitet eben von Rockmusik mit Rap-Passagen Ihre Sicht auf die Dinge der Welt Nichts anderes passiert da Und das ist in erster Linie Meinung Auch die zwei bekannten Ex-Neonazis Philipp Schlaffer und Axel Reitz Haben einen Livestream zu Causa Weimar gemacht Für meine Definition Rechtsrock beginnt halt bei mir Wenn in der Musik ganz klar herabgewürdigt wird Wenn Rassismus drin ist, Antisemitismus drin ist Auch schon wenn diese Musik produziert wird Auch von so einschlägigen Labels Weil ich weiß, dass diese Labels halt nur Personen aufnehmen Und mit denen zusammenarbeiten, die dementsprechendes Gedankengut haben Die vernetzt sind, die sich kennen Ich würde behaupten, die neonazistische Musik-Szene in Deutschland, die kennt sich untereinander Wir sind alle einer Meinung Kein Nazi-Rock und ich finde die Songs sind richtig, richtig geil Ausnahmslos Hätten wir uns den Artikel vom Spiegel vielleicht auch mal durchlesen sollen Aber Spiegel Plus habe ich nicht Und darum habe ich halt ein Abo abgeschlossen So wie der Herr Schlaffer Der Frontmann singt, holt euch die Straße zurück Stein für Stein Inbrünste grölt das Publikum Stein für Stein Der Spiegel impliziert das möglicherweise als einen Aufruf zu Gewalt Aber der Einstieg ist wohl eher als eine Brunnenvergiftung gedacht Schau doch diese Barbaren an Der Song zur Freiheit hat den Text Holt euch die Straße zurück, Stein für Stein Ist das grenzwertig? Ein Gewaltaufruf? Was ist für dich die Botschaft des Songs? Das ist witzigerweise Ich war ja da Ich hatte ja da Vorannahmen Als ich den Song gehört habe Weil ich die Frage ja kannte Hab versucht mich davon freizumachen Und mal überlegt Wie interpretiere ich den Song? Und den Song habe ich ganz 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 anders interpretiert Ich habe mir das Lied angehört und dachte Okay Das sind Kritikpunkte Die da geäußert werden Die eigentlich eher von Seiten Würde ich mal sagen Fridays for Future Oder von Links allgemein kommen Und ich habe es dann so verstanden Dass die Bands diese Sachen hört Und dann den Linken Kommunisten oder sowas Dann im Prinzip ein kommunistisches Kampflied Um die Ohren haut Weil die Zitate aus dem Chorus Aus dem Refrain Die sind ja eigentlich Den kommunistischen Kampflieden entlehnt Und ihnen dann sagen Na gut, dann macht es doch Sitzt nicht zu Hause rum auf der Couch Und jammert rum Sondern holt euch doch die Straße zurück Dann sehen wir ja mal Wie es läuft In eurem Kommunismus Den ihr haben wollt Ich habe da überhaupt nicht Daraus gehört Dass von rechter Seite Hier zu Gewalt aufgerufen wird Im Gegenteil Ich habe es eher ironisch verstanden Dass im Prinzip hier eine Kritik An Gejammere An Mimimi Von eher linker Seite Geäußert wird In anderen Liedern heißt es Deutschland wäre mit voller Wucht An die Wand gefahren Seine Bürger seit Jahren Umfangreich indoktriniert Also die Band Sagten ihrem Statement Zur Berichterstattung Dass es frei erfunden sei Dass Deutschland an die Wand fahre Der kleine aber entscheidende Unterschied sei Dass nicht Deutschland Sondern wir Mit voller Wucht an die Wand fahren Das Lied Im Wahnsinn gefangen Ist meiner Meinung nach Eine Kritik an unserer Degenerierten Gesellschaft Und klar Wir werden umfangreich indoktriniert Wenn wir Deutschen uns gerade mal Noch bei Fußballspielen Trauen unsere fucking Hymne zu singen Und Flagge zu zeigen Weil alles andere ist ja böse und rechts Ist ja aber auch kein Problem Darin zu sagen Ja Deutschland fährt mit dem aktuellen Politischen Kurs Mit voller Wucht an die Wand Es gibt sogar einen Aufruf zu Gewalt Wir gehen zusammen Und zur Not auch über Leichen Wenn ich das jetzt so höre Unabhängig von wem es kommen würde Wir gehen über Leichen Also ist schon Ist schon Also harter Tobak Man muss schon ziemlich zurückgeblieben sein Wenn man in dem Refrain Zu dem Song Zusammen Einen Gewaltaufruf sieht Die Band hat grandios gekontert Hätten sie wie gehen durch dick und dünn gesungen Dann hätte man ihnen vermutlich Internalisierte Fettfeindlichkeit Und Kritik an der Body Positivity Bewegung vorgeworfen Auch antisemitische Anklänge Sind an diesem Abend zu vernehmen Die Medien seien gekaufte Marionetten Von Schlüsselwörtern bezahlt Finanziert von jenen Die du schon ein ganzes Leben hast Der Song Alles Lüge Ist Kritik an den Medien Und euch Dreckschornos Journalisten Alla den Autoren des Artikels glauben Dass jede ihrer Gegner Immer irgendwelche Zum Beispiel rassistischen Klischees vertritt Aber die finden fast nur Immer in ihren eigenen Köpfen statt So ist es auch bei den Antisemitischen Anklängen Elitenkritik ist zudem Nicht gleich antisemitisch Selbst wenn es sich um einen Juden handelt Den man kritisiert Immer irgendwelche dummen Dogwisselvorwürfe Die ersten drei Zeilen des Songs sind Nicht jeder Moslem mit einem Vollbart Ist auch gleich ein Taliban Al-Qaida und IS sind nicht der Islam Nicht jeder Russe ist ein Trinker Und nicht jeder Pole klaut Klar Zeile 1 und 3 sind eine Ansage gegen Klischees Und Zeile 2 ist sogar das mediale Narrativ Das ich jedoch anders sehe Al-Qaida und IS sind Ergebnisse Aus der konsequenten Umsetzung Des Korans, der Sunna und der Scharia Das ist konsequenter Islam Mehr Islam geht gar nicht Aber der Islam hat wie immer Rein gar nichts mit dem Islam zu tun An anderer Stelle geht es um Wölfe und Ratten Jene Tiere mit denen Nationalsozialisten Ganz sicher und Juden verglichen haben In dem Lied sind die Wölfe das Licht Und die Ratten der Schatten Das ist das was ich meinte Wenn du das erste und diese Dinge In den Kontext zusammen packst Dann erkennen wir hier Sage ich Sind wir hier Sind wir hier im Bereich des Rechtsrock Absolut, definitiv Also ohne Frage Wisst ihr was das erste Bild Von dem Musikvideo zu Wölfe und Ratten ist? Dieses Musikvideo soll nicht nur Ein Zeichen gegen Homophobie Und die Ausgrenzung von Menschen Im Allgemeinen setzen Sondern vor allem gegen Gewalt an Kindern Und allen Menschen Die sich nicht wehren können Dieses Virtual Signaling Ist wahrscheinlich auch deswegen da Damit Vollidioten Wie unsere Shornos Oder die zwei Pappnasen hier Nicht auf die Idee kommen Nur wegen des Titels Sofort einem behinderten NS Festvergleich zu ziehen Gegen Homophobie und Ausgrenzung zu sein Ist nämlich Konsens In der westlich sozialisierten Gesellschaft Aber It has nothing to do with the slam Also um an den Songs Etwas rechtsextremes Oder demokratiefeindliches zu finden Braucht man schon Sehr viel Fantasie Die rührt wohl daher Dass ein Teil der Band In der thüringischen Neonazi Szene Unterwegs war Ich könnte euch jetzt Die ganzen Vorwürfe aufzählen Wer was wo und wie gemacht hat Aber was glaubt ihr Was Leute die in der Neonazi Szene Unterwegs sind Zu denken Sagen machen Und wie sie rumlaufen Und da sie Musiker sind Blickt es recht nahe Dass sie eben Unabitillichen Bands gespielt haben Ich will das jetzt auf keinen Fall Hier mit irgendwie klein oder schön reden Jedoch ist das so ein Breitgetretenes Thema Und jeder hat genaue Vorstellungen Darum wäre eine Aufzählung Jetzt stinkt langweilig Sie haben eben Nazi Sachen gemacht Und wie die Band es selbst nennt Sie sind in prioritätsloser Kleidung rumgelaufen Im Statement der beiden betroffenen Musiker Geben sie zu Dass sie ein Teil der rechtsextremen Szene in Thüringen In den 90er Beziehungsweise 98.2008 waren Gehen aber nicht weit auf einzelne Vorwürfe ein Beide waren damals Laut ihren Aussagen zwischen 13 und 23 Jahren alt Am Donnerstag Hatte die linke Landtagsabgeordnete Katharina König Preuß Dem Verfassungsschutz Versagen vorgeworfen Der Behörde sei durch die Lappen gegangen Dass langjährig bekannte Thüringer Neonazis Offenbar unter einem neuen Bandnamen aktiv sein Nach 10 Jahren müssen eben Daten gelöscht werden Wenn keine relevanten Informationen Zu Bestrebungen mehr festgestellt werden können Thüringens Verfassungsschutzchef sagt dazu Wenn also Betroffene nicht mehr für uns erkennbar extremistisch In Erscheinung treten Müssen wir die Beobachtung einstellen Und vorhandene Daten löschen Daran haben wir uns aus guten Gründen zu halten Denn wir haben eben keinen Überwachungsstaat Irgendwie stürzt das die Aussage der beiden Bandmitglieder Dass sie nicht mehr in der rechtsextremen Szene aktiv sind Im Statement der Band heißt es dazu Die Mitglieder der Band Weimarer stanzieren sich ausdrücklich von Gewalt Extremismus, Jedwiderform, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Homophobie Und im fatalen sich bis heute zu wiederholen scheinenden Irrglauben Der Geschichte, dass manche Menschen besser seien als andere Wie immer bei Streits und Vorwürfen sollte man sich beide Seiten anhören Und nicht generell vorschnell urteilen Ganz im Gegensatz zu Schlaffer und Reiz Die haben zu Hass aufgestachelt Die haben zu Hass aufgerufen Die haben Extremismus propagiert Und das ist ganz klar Fleisch vom Fleisch und Blut vom Blut Der Neonazi-Szene, um in deren Vokabular zu bleiben Ich will nicht auf dem Stadtfest stehen Was die Band Weimar da Als aktive Neonazis dort hinter Masken Botschaften verpackt In die Menge grönt, will ich nicht Ich will, dass das aufgezeigt wird Wenn das Neonazis sind Ja, das sind Neonazis Punkt Also tut mir leid Leute Welche Beweisführung will hier noch jemand Also von jedem Von jedem Gericht würde man hier im Schnellverfahren verurteilt werden Bei dieser Indizienlage Ich muss schon sagen Hier kommt vieles zusammen Axel Oder Also das ist doch jetzt hier nicht an den Haaren herbeigezogen Also das, was jetzt hier aufgezeigt wurde Ich meine, über was reden wir jetzt hier Das ist doch hier kein Schuss ins Blaue oder was Die haben Hardcore Neonazi Musik produziert Und entstammen vom Fleisch Das Fleisch der Neonazis-Szene Wie Axel das immer sagt Das ist, ja, das ist, das, das, das ist Hardcore Neonazis, Punkt Hättet ihr das Statement mal abgewartet Obwohl, denen zwei ist ja sowieso nicht mehr zu helfen Ist ja ganz klar Im dubio pro reo Im Zweifel für den Angeklagten Eine Woche nach diesem Artikel Legten die Spiegel-Journalisten sofort wieder mit einem weiteren Artikel nach Neonazi-Vorwürfe gegen Band Weimar Universal-Chefs unter Druck Abgesehen davon, dass beschrieben wird Wie entsetzt und fassungslos und wütend alle bei Universal seien Nah man auch Stellung zum Statement der Band Außerdem wirft die Band dem Spiegel kleinteilig Verzerrung und falsches Zitieren vor So solle die Songzeile Wir fahren mit voller Wucht an die Wand Nicht bedeuten, dass Deutschland an die Wand fahre Obwohl sie in dem Lied von der Bundesnationalelf Dem Dschungelcamp und Verblödung als Volkssport singen Sie singen nicht explizit von Deutschland Aber man will unbedingt Deutschland reininterpretieren Der nur böse rechte Patrioten finden Dass wir aktuell nicht im besten Deutschland aller Zeiten leben So kann man es für den Normi als demokratiefeindlich framen Alles was gegen euch und eure Ideologien ist Ist bei euch eine Gefahr für die Demokratie Der ägyptische Panda hat im Live-Chall der Ketzelkirche mal ziemlich überspitzt Aber wie ich finde zutreffend geschrieben Demokratie ist, wenn der Kommunismus eingeführt wird Die Band wies außerdem in ihrem Statement darauf hin Dass all ihre wohltätigen Projekte keine Erwähnung fand So gab es mehrere Spendenaktionen für krebskranke Kinder Behinderte Menschen Kinder die Opfer von Gewalt wurden Oder jüngst für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien Die man initiiert hat Die letzte ist allerdings offenbar die einzige Bei der sie für Spenden an Menschen in anderen Ländern aufrief Und sie wurde erst am Dienstagabend veröffentlicht Das war einmal schon den Inhalt der spiegelische Kante Ist die einzige Aktion für andere Länder Sag mal, geht's bei euch eigentlich noch? Wir haben hier im Land auch sehr viele Missstände und traurige Einzelschicksale Das zeigt aber wunderbar, wie vorhin genommen die Autoren sind Schaut her, sie machen Charity-Aktionen aber für Deutsche Wieder ein Indiz für ihre rechtsextremistische Gesinnung Charity-Aktionen für Deutschland und Deutsche Ist selbstverständlich demokratiefeindlich Weimar kritisieren in dem Statement auch Dass die Gesellschaft ihnen keine zweite Chance zugesteht Ein Narrativ, das rechte Bands und Akteure gern bedienen Die Gesellschaft um eine zweite Chance zu bitten Ist jetzt also auch schon ein Narrativ von rechten Akteuren Okay Was man sich alles für eine Bullshit herbeischreibt Allein um das eigene Narrativ aufrechtzuerhalten Wie man versucht wirklich alles so hinzudrehen Dass das eigene Weltbild aufgeht Das sagt mehr über die Autoren als über die Band Der Spiegel ist halt einfach ein Qualitätsmedium Oder was meint ihr dazu Jungs? Vier Jahre ist das her mit der Relotius-Presse und so weiter und so fort Klar gibt es im Medienbetrieb Probleme Klar hat der Spiegel auch mal ins Klo gegriffen Aber das ist doch nicht repräsentativ für das gesamte Format Wie viele super Beiträge haben die gemacht Wie viel waren Bomben recherchiert Wie viele Sachen haben die aufgedeckt Aber spielt alles keine Rolle Weil ich habe jetzt hier einen Thema Und eine Sache, wo ich sagen kann Da ist mal was schief gelaufen Boah Junge, ganz ehrlich Weißt du, hast du als Kind mal Scheiße gebaut Dann halt die Fresse, dann bist du immer noch jemand, der Mist baut So könnte man genauso argumentieren Machen wir jetzt nicht Aber genau so könnte man noch argumentieren Wer einmal einen Fehler macht, ist komplett diskreditiert oder was Wie sie halt nicht kapieren, was für eine Doppelstandard sie gerade fahren So eine gequirlte Scheiße kommt raus, wenn der EQ auf Zimmertemperatur ist Ich kann gar nicht ausmachen, wer Verblendete ist Die zwei oder die Spiegelautoren Das Problem Experten sagen, zweite Chancen sollte es erst nach einem erfolgreichen Ausstieg aus der rechtsextremen Szene geben Und der sieht anders aus Ein erfolgreicher Ausstieg ist Ergebnis eines langfristigen Prozesses So ein Berater von Nina NRW Einer Beratungsstelle, die sich täglich damit beschäftigt Dieser habe vier Komponenten Man hole sich Hilfe Man setze sich kritisch mit seinen Taten und Einstellungen auseinander Und man distanziere sich Man lebe nach demokratischen Werten Und verzichte auf Gewalt, egal in welchem Kontext Nur dann ist ein Ausstieg glaubhaft Nina NRW ist ein Aussteigerprogramm für Rechtsextremisten Gefördert von Trommelwirbel Unserem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend Im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben Zudem wird Nina NRW von der Landeskoordinierungsstelle gegen Rechtsextremismus und Rassismus In Nordrhein-Westfalen gefördert Die wiederum, ratet mal Von Demokratie leben mit 2 bis knapp 3 Millionen pro Jahr gefördert werden Da ich zu faul war, jetzt auch nur Demokratie leben etwas zu beleuchten Habe ich das einfach an Clownie von Clownswelt outgesaust Hallo Freunde Überraschung, hier ist euer Clownie Und ich werde euch ein bisschen was über Demokratie leben erzählen Wenn ich diesen Namen schon höre Dann ist mittlerweile aufgrund meiner Arbeit die Assoziation relativ klar Demokratie ist, wenn der Linkeste im Raum Recht behält Wenn rechte Kräfte geschwächt werden und linke Kräfte bevorteilt werden Also, was ist Demokratie leben? Demokratie leben Vollständiger Titel Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit Demokratie leben Ist ein Förderprogramm des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend Das 2014 durch Manuela Schwesig ins Leben gerufen wurde Mit anderen Worten Das, was dort gefördert wird Soll gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit einstehen Das klingt ja erstmal alles schön und gut Komischerweise hat man in dem Titel den Linksextremismus oder den Islamismus vergessen Aber vielleicht zählt man das ja auch unter Gewalt und Menschenfeindlichkeit Wer weiß Was genau fördert man denn? Es gibt da nämlich die ein oder andere Gemeinschaft, die man fördert Die irgendwie nicht so viel mit Demokratie zu tun haben Ihr versteht Ein Beispiel ist zum Beispiel der wunderbare Black Empowerment Verein EOTO Für ihn ist hauptberuflich unter anderem der grünen Lokalpolitiker Jeff quasi kleintätig Der im vergangenen Mai physische Gewalt als geeignete Protestform würdigte Die Welt berichtete zum Beispiel über seine Demonstrationsrede In der er Schwarze zur Formierung robuster Gruppen aufgerufen hatte Um nicht mehr die Polizei rufen zu müssen, wenn sie Hilfe brauchen Das ist sehr demokratisch Eine demokratische Institution wie die Exekutive in Form der Polizei Durch Selbstjustiz übende, ethnisch eingefärbte Gruppen zu ersetzen Klingt sehr demokratiefördernd Dieser Verein EOTO, den ich euch gerade genannt habe, wird übrigens für seine Demokratie Mit 400.000 Euro pro Jahr von euren Steuergeldern gefördert Zum anderen haben wir gewisse Verbindungen zur Muslimbrüderschaft Die gefördert werden durch Demokratie Leben Zum Beispiel der islamische Verein INZAL Der wurde in den vergangenen Jahren mit mindestens 280.000 Euro aus dem Demokratie-Lebentopf gefördert Der Geschäftsführer des Vereins, Mohammed Hajjaj oder so War und ist nach Weltinformation in mehreren Vereinen aktiv, die vom Verfassungsschutz als islamistisch bewertet werden Kürzlich hat der Berliner Senat Hajjaj auch in die Expertenkommission für antimuslimischen Rassismus berufen Das ist Demokratie, meine Freunde Jemand, deren dezidiert demokratiefeindlichen Bewegungen aktiv ist, die vom Verfassungsschutz überwacht werden Wird in die Expertenkommission für antimuslimischen Rassismus berufen Und sein Verein wird mit Steuergeld gefördert durch Demokratie Leben Abgesehen davon profitieren von Demokratie Leben verschiedene Akteure aus der Antifa-Szene In der sich friedliche und gewaltbereite Linke versammeln Mindestens 47 der mehr als 100 Antifa-Gruppen bundesweit werden vom Verfassungsschutz als linksextremistisch eingestuft Beispielsweise wurde eine kürzlich veröffentlichte Antifa-Broschüre über Rechtsextreme in Südniedersachsen laut Taz mit 5000 Euro gefördert Also von eurem Steuergeld In der Berliner Demokratie Leben Projekt Kietz Story, das im laufenden Jahr mit 173.000 Euro, also 2021, zum Zweck der Vielfaltsgestaltung gefördert wird Ist der in der Antifa-Szene verwurzelte Claudio C. angestellt Er war im Februar in den Schlagzeilen, nachdem in seiner Wohngemeinschaft im Zimmer seines Mitbewohners neun Rohrbomben gefunden worden waren Neun Rohrbomben Ich hoffe, die Rohrbomben waren demokratisch Denn sonst kann man diese Förderung durchaus in Frage stellen Abgesehen davon haben sie 2017 von Demokratie Leben aus die Bildungswoche gegen Rassismus in Halle Bei der auch die Interventionistische Linke ein Seminar anbot, gefördert Die Interventionistische Linke ist ein aus der Antifa-Szene hervorgegangener bundesweiter Zusammenschluss von Linksradikalen Sie wird vom Bundesamt für Verfassungsschutz als Gruppierung bezeichnet Bei der die vorliegenden tatsächlichen Anhaltspunkte in ihrer Gesamtschau zu der Bewertung geführt haben Dass die Gruppierung verfassungsfeindliche Ziele verfolgt und es sich mit ihnen um eine extremistische Gruppierung handelt Also die Bewegung wird vom Verfassungsschutz als extremistische Gruppe eingestuft Und die mischen mit bei Veranstaltungen, die wiederum von Steuergeldern durch Demokratie Leben finanziert profitieren Man stelle sich das mal gespiegelt vor, wir hätten einen ähnlich gearteten Fall beim Projekt von Demokratie Leben Bei dem eine explizit rechtsextreme Gruppe mit aktiv wäre Würde es da noch Fördergelder geben? Ich denke die Frage könnt ihr euch alle selbst beantworten Das war also ein kleiner Überblick Und ich glaube der letzte sollte begriffen haben Demokratie Leben und damit Demokratie fördern Heißt dazu beizutragen, dass der Linkeste im Raum immer Recht behält Wirkt dich eben für Daddy Staat und tanz genau nach dessen Pfeife Sonst gibt es keine Rehabilitation Lasst euch umformen so wie wir das möchten Denn wir haben hier die Macht und wir definieren was Demokratie und wer ein Demokratiefeind ist Den Vorwurf, dass das Projekt Weimar gesellschaftskritisch ist, weisen wir nicht zurück Kunst darf und muss unserer Meinung nach in einer demokratischen Gesellschaft kritisch sein dürfen Wer das nicht so sieht, hat den hohen Wert einer Demokratie nicht verstanden Sorry Jungs, ihr habt nicht verstanden wie der Begriff Demokratie heutzutage medial funktioniert Die hätten sich gestern vor die Kamera setzen können und sagen Okay Leute, ja wir hatten Angst wie die Gesellschaft reagiert Aber wir sind alle seit 4 Jahren in einem Ausstiegsprogramm Würde ich sagen ja, gebt den Leuten eine Chance Wie glaubwürdig ist eigentlich der Philipp ausgestiegen? Ach, der hat gar kein Aussteigerprogramm genutzt Dann nimm dir mal ein Beispiel an deinem Busenfreund Axel Aber was euch beide wirklich zu glaubhaften Aussteigern macht Ihr nehmt Daddy Start Stick schön tief in den Mund Da diese euch immer wieder mal mit unserem Steuergeld unterstützt Hier mal ein Schulvortrag, da mal ein Online-Gespräch Und man prallt sogar selbst damit Und ich bin mir sicher, dass das nur die Spitze des Eisbergs ist Die ich kürzer Zeit halt recherchiert habe Man beißt halt einfach nicht in den Schwanz, der einen füttert Beiden tue es leid, dass wir unsere Vergangenheit nicht klar gegenüber unseren Fans und Partnern kommuniziert haben Aber hättet ihr das gemacht, hättet ihr wohl keine Fans und ehemalige Partner Wenn wir, Universal, damals gewusst hätten, was wir heute wissen Hätten wir das Album gar nicht erst veröffentlicht Es ist jetzt immer die Frage, inwieweit es einer Firma hier im Moment politisch opportun erscheint, sowas zu tun Ich glaube, wir haben den Kipppunkt erreicht, dass es dem nicht so ist Ich glaube, dass wenn Universal gesagt hätte Leute, was habt ihr Das ist Musik von Menschen, die ihre Meinung sagen Nicht zur Gewalt abrufen und alles ist gut Mittelfinger gezeigt und ab dafür Das hätte Universal wahrscheinlich besser getan Aber gut, sie haben es gemacht Sie haben sich politisch opportun gezeigt Ich bin nicht der Meinung, dass es gut ist Für einen Konzern sich gratis Mut abzuholen Das wirkt mittlerweile ziemlich lächerlich Ihr kennt doch den aktuellen Zeitgeist Euch hätte keiner eine Chance gegeben Außer vielleicht, ihr werdet im Regenbogen-Tutü aufgetreten Und würdet von der Vielfalt und der Liebe singen Darum habt ihr sicher auch aus Kalkülen Auf Masken und alter Egos zurückgegriffen Gerechtwürdig, wie ich finde Wir wollen ja eben hier auch nicht irgendwo für eintreten Dass wir jetzt nach Verboten schreien Das hat auch keiner von uns gesagt Hier, Weimar, alle weg und verhaften und einsperren Nein, aber es geht darum, dass aufgeklärt wird Damit eher ein Diskurs stattfindet Damit, wie wir es hier tun, darüber gesprochen wird Und nochmal, keiner braucht hier ankommen Öh, Zensur Die Cancel Culture, die es ja eigentlich gar nicht gibt Hat wieder mal voll zugeschlagen Man will ja keine Verbote oder Zensur Lediglich eine gesellschaftliche Stimmung Die Verbote überflüssig macht Man will ja nur aufklären, aber doch nicht canceln Das passiert dann leider ganz automatisch Weil zwei Mitglieder der Band Eine unrühmliche Vergangenheit haben Mit der sie heute allem anscheinend nach Nichts mehr zu tun haben Verliert Weimar mit einem Wimpernschlag Erstmal ihre Existenz Denunziert von Medienhuren So wie ist der Song Alles Lüge ursprünglich mal Denen die gesellschafts- und systemkritischen Texte der Band Ideologisch ein Dorn im Auge sind Denn wenn die Lieder auch auf Querdenken-Demos zu hören sind Dann lässt das auf nichts Gutes schließen Auch eine Band darf Corona-kritisch sein Gegenüber der Impfung und so weiter Ist alles gut Ja, aber auch deren Lieder wurden dann bei Querdenken-Demos Wurden sie dann genutzt und so weiter Da kam natürlich die Neonazi-Vergangenheit ganz recht Man zeigt uns unter welchen Umständen und Bedingungen Man sich gesellschaftlich rehabilitieren kann Und unter welchen nicht Um mal den guten, alten, ehrwürdigen Kommunistischen Massenmörder Mao Zedong zu zitieren Bestrafe einen, siehe Hunderte Als Ex-Neonazi bekommt man eine zweite Chance Indem man zum Beispiel durch alle Medien hüpft Und den Boogeyman von der größten extremistischen Gefahr Mimt und aufrechterhält Vorgeführt wird man ohnehin Wie wir zuvor bereits sagten Haben wir unsere Beziehung mit der Band Weimar Die aus dem Vertrieb eines Albums bestand Mit sofortiger Wirkung beendet Als uns die Ergebnisse der Spiegel-Recherche vorgelegt wurden Weimar hätte es nicht richtig machen können Egal wie sie agiert hätten Also hier gibt es viele, viele Fragezeichen Viele, viele Fragezeichen Für mich ist das hier gut Dass diese Band hier öffentlich zerschlagen wurde Und die Band ist K.O. Die Band ist K.O. Der Sinn suche Nein, die Band ist allem Anschein nach nicht K.O. Zum Glück ist es unserer Medienkaste Und den oberigkeitshörigen Speichelleckern Nicht gelungen Weimar komplett zu känzen Die YouTube-Videos sind wieder da Und mittlerweile kann man auch auf Spotify Die Songs wieder hören Auch bezüglich einer Tour sind Weimar positiv in die Zukunft Und die werden sie mit Rückenwind der Fans auch hinbekommen Der Schaden ist aber trotzdem angerichtet Ich kann der Band nur raten Bleibt stabil Jungs Beugt euch nicht dem Woken Mob Wenn ihr Worte wie Vielfalt und Toleranz In eurem Statement nutzt Oder von politisch rechtsmotivierter Vergangenheit sprecht Obwohl es rechtsextremistische Vergangenheit heißt Sehe ich da schon ziemlich kritisch Das sind schon kleine sprachliche Unterwerfungsgesten Gegen Gewalt, Extremismus, Diskriminierung usw. zu sein Ist Konsens und Standard in unserer Gesellschaft Wenn jemand anders denken sollte Muss er mir das erstmal beweisen Und eure Songs tun das definitiv nicht Sobald ihr anfangt zu kacken und euch beugt Werdet ihr Fans verlieren Zeitgleich aber keine Erlösung von dem kleinen Mob Der wo Kisten erlangen Außer ihr bückt euch vielleicht so tief Dass ihr eure Girl Dicks dann selber blasen könnt Die Kunst vom Künstler trennen Wie handhabst du es? Normalerweise höre ich mir die Musik an Wenn irgendjemand Parolen schreit Dann trenne ich sie nicht vom Künstler Dann lehne ich das ab Aber ansonsten Wenn jemand tatsächlich seine Meinung äußert Mein Gott, wer bin ich? Das ist ja im Prinzip insgesamt Die Frage Was toleriere ich? Was toleriere ich nicht? Man kann etwas gut finden Man kann etwas schlecht finden oder falsch Aber das darf doch nicht heißen Dass die Person nicht reden darf Dass man sie nicht einladen darf Oder auf dem Festival spielen lassen darf Halte ich für totalen Blödsinn Das ist eine sehr begrenzte Vorstellung davon Was Meinungsfreiheit bedeutet Ich bekomme kein Geld von der Band für dieses Video Alles was ich gesagt habe Ist meine Meinung zu dieser Causa Ich trenne Kunst vom Künstler Das geht vielleicht nicht immer Trotzdem ist das meine Herangehensweise Anderenfalls könnte ich sonst fast keine Musik mehr hören Und wie mein Kanalname verrät Höre ich immer noch gerne Deutschpunk Und wenn ich die politische Einstellung der Bands Mit meiner abgleichen würde Wäre wohl keine Musik aus diesem Genre mehr für mich übrig Deswegen bin ich auch kein Fan von Fankultur Ich bewundere Leute nicht ihre Selbst wegen Sondern ihre Arbeit Menschen anhimmeln In Ehrwucht vor ihnen erstarren Oder sich gar in ihr Leben zu wünschen Aufgrund ihrer Arbeit Mach lieber selber was Du bist nicht wie ich Und du wirst nie so sein Du bist ein Teil von nichts Und du bist ganz allein In deiner Scheißwelt Von der du dir versprichst Dass sie dich achtet Solang du hörig bist Und immer freundlich tust Keine Fragen stellst Die Regeln akzeptierst Und deine Fresse hältst Solang ist alles prima Und alles schön Du kannst wegrennen Oder du bleibst stehen Oder du bleibst stehen Die ganze Welt zeigt uns den Finger Aber das ist uns egal Das Wasser könnt ihr uns nicht reichen Dafür könnt ihr uns alle mal Sollen die Vögel uns doch herrschen Doch sie kriegen uns nicht klein Wir sind anders als die anderen Und wir wollen auch anders sein Vielleicht bist du nicht dumm Aber du bist naiv Guck dich doch hier mal um Sei mal objektiv Was hat sie dir gebracht? Deine Arschstricherei Kein Schritt vom Himmel Und auch keine Glückseligkeit Zeiten ändern sich Zeiten ändern dich Zeiten verändern Alles vergibt Nur seines nicht Du kannst auf Knie hinrutschen Oder aufrecht gehen Du kannst wegrennen Oder du bleibst stehen Oder du bleibst stehen Die ganze Welt zeigt uns den Finger Aber das ist uns egal Das Wasser könnt ihr uns nicht reichen Dafür könnt ihr uns alle mal Sollen die Vögel uns doch hassen Doch sie kriegen uns nicht klein Wir sind anders als die anderen Und wir wollen auch anders sein Nicht jeder Erde muss man folgen Nur um nicht allein zu sein Jeder lebt sein Leben selber Jeder stirbt für sich allein Lass deinen Willen dir nicht brechen Begegnen sie dir auch mit Spott Trag die Wahrheit stets im Herzen Wie der Mann So auch sein Gott Die ganze Welt zeigt uns den Finger Aber das ist uns egal Das Wasser könnt ihr uns nicht reichen Dafür könnt ihr uns alle mal Sollen die Vögel uns doch hassen Doch sie kriegen uns nicht klein Wir sind anders als die anderen Und wir wollen auch anders sein